Mein Name ist Anthony, ich bin 28 Jahre alt und bin einer der Gründer von Science. Science ist eine Neon-Design- und Produktionsfirma. Das heißt, wir machen individuelle Leuchtschriften für unsere Kunden, bieten aber auch vordesignte Neons auf unserer Seite an. Ich glaube, das Besondere an Science ist das diverse Team. Wir haben einerseits Handwerker, aber auch junge Künstler und Architekten. Das heißt, sie setzen sich alle sehr unterschiedlich mit dem Medium auseinander und wir wollen das eigentlich an neue Grenzen führen. Wir machen es den Leuten einfacher. Das heißt, du musst nicht mehr dreimal zum Glasleser rennen mit deiner Skizze, sondern du kannst alles bequem in Zusammenarbeit mit unserem Projektteam oder direkt auf unserer Website gestalten. Transport ist für uns super wichtig. Wir haben täglich mehrere Anlieferungen und Abholungen. Unser ganzer Bahntransport geht ja durch unser Lager in Berlin. Wir haben vor kurzem begonnen, mit Saludo zu versenden und nutzen den Service in letzter Zeit immer häufiger. Ich stelle den Auftrag in die Plattform und bekomme dann Angebote von verschiedenen Versanddienstleistern, kann mir einen auswählen und das Ganze dann im Nachhinein ganz einfach tracken. Und das Gute daran, das ist alles wirklich in einer Applikation. Vor allem junge Firmen haben besseres zu tun, als stundenlang nach dem richtigen Versanddienstleister zu suchen. Das heißt, eine Plattform wie Saludo mit dem Ausschreibungsprinzip erspart einfach sehr viel Arbeit in der Suche.